Oh, cool. Ja. Ups. Raus hier, bevor irgendjemand mich angreift. Gut. Essen. Und dann einmal Lava holen. Da hin. Du kommst da hin, du bleibst da und... Ha. So. Und nach Hause geht's. So. Dieses Maleduin ist ja auch noch Reinforced 2. Das bedeutet, das hat richtig Haltbarkeit jetzt mit dem Diamanten und dem Rest. Der Sharpness. Aber ich frage mich, wieso ich keine Harz bekomme. Vielleicht, weil das eigentlich nur extrem selten ist und ich dafür zu wenig kämpfe. Und meine Hose auch gleich kaputt ist. Eine schöne Hose. Komm her. Essen. Und aufschwer essen. Ha, jetzt bin ich der Übermensch. Na, kommt her. So, und laufe nach Hause. Das einzige, woran ich jetzt noch sterben kann, ist Creeper-Schaden. Und zwar auch... Nein! Genau daran. Boah, wenn mich jetzt einer einfach trifft, dann bin ich am Arsch. Puh. Gut, jetzt habe ich keine Hose mehr. Da sind noch zwei Creeper. Den weich jetzt lieber aus. Ich möchte nicht, dass mein Schwert in die Luft fliegt. Und rein in mein Haus. Gut. Ähm, ja. Ja, wir haben noch zehn Minuten. Das bedeutet... Ich, ähm... werde... Nehme hier noch ein paar Storage-Trades bauen. Und... Oder einen Storage-Trade bauen. Den ich mal wieder falsch rummache. Äh... Ja, natürlich mache ich das Ganze falsch. So. Ähm... Ja. Und dann gehe ich einmal runter und befeuere die Query. Und... Die kann dann für mich die ganzen Diamanten wiederholen, die ich gerade verbraten habe. Aber ich frage mich wirklich, wieso das nicht... Richtig war... Ja, wie mache ich das jetzt am besten, ohne... Die gesamte Aufmerksamkeit der Zombies auf mich zu ziehen. Shit. Nein, das wollte ich eben nicht. Die Dorfbewohner mit ihrem... Hm... Hm... Hm, hm, hm... 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 Die Dorfbewohner mit ihrem... Hm... Scheiße. Der sieht nicht. Ähm... Ähm... Ja. Kommt hier aber nicht vorbei. Jetzt sieht er mich nicht mehr. Ähm... Ähm... Die verbinden sich nur alle gegenseitig. Scheiße. Was mache ich denn jetzt? Ich muss alle abbauen. Schade. Ich dachte, es hätte so geklappt. So... So... Sehe ich natürlich nicht, ob die sich verbunden haben. Nein, haben... Natürlich nicht. Ähm... 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 Die verbinden sich auch nicht. Wieso verbinden die sich nicht? Boah... Das ist echt so eine Kunst hier, das Ganze aufzustellen. Die verbinden sich, die verbinden sich, die verbinden sich, die verbinden sich. Super. So... Jetzt komme ich natürlich da nicht mehr entlang. Aber... So... Aluminium Ohr. Wie schön. So... Wenn ich jetzt die... Jetzt kommt natürlich jeder hier rein. Hier gibt es aber weit und breit keinen mehr. Gut. Scheiße. Gut. Scheiße. 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 Gut. Gut. Scheiße. Äh... Wie soll ich denn jetzt die query hier hinsetzen? Gut. Haha. So... Ähm... Ich hätte das Ganze alles einen Tee versetzen müssen. Scheiße. Ich lass die einfach durchlaufen. Scheiße. 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 Komme ich nochmal 50. Gibt der ein bisschen Fuel. Und... Gut. Ähm... Ja. So. Und... Jetzt würde ich sagen... Das Ganze ist zu Ende. Ich freue mich aufs nächste Mal. Auch wenn es diesmal, ähm... Ziemlich viel kürzer war als normal. Glaub ich zumindest. Ja... Es sind 10-20 Minuten kürzer. Das bedeutet, ihr werdet jetzt wahrscheinlich... Äh... Keine 10-20 Minuten. 5-6. Dann bedeutet, ihr werdet, äh... Diesmal nur... 10 Minuten Folgen bekommen. Statt, ähm... 12 Minuten. Aber ich hoffe, das, äh... Ist nicht schlimm. Wenn doch, ähm... Selber schuld. Ne, nicht selber schuld. Äh... Wenn doch ist, äh... Kann ich jetzt nichts mehr dafür. Denn ich produziere die ja wieder vor. Oder irgendwie sowas. Also, ich bin auf jeden Fall nicht schuld. Und, äh... Ja, dann würde ich sagen... Bis zum nächsten Mal. Tschüss!